Moin Moin Leute, die Pfeiler hier und willkommen zum neuen Video von mir auf meinem Kanal. Im heutigen Video möchte ich mal ein bisschen drüber mit euch sprechen, warum ich mit Raiden in WoW Classic aufhören werde oder schon aufgehört habe. Und einfach euch so ein bisschen Update geben, was gerade bei mir abgeht, was ich noch so vorhabe und vor allem, was ich jetzt mit der freien Zeit anstellen werde, die ich quasi habe, weil ich eben mit dem PVE-Content gequittet habe. Genau, Leute. Ja, wenn ihr quasi meine Videos hier auf YouTube in den vergangenen Wochen so ein bisschen verfolgt habt, dann habt ihr vielleicht schon mitbekommen, dass ich einfach immer so ein bisschen weniger Bock auf PVE bekommen habe. Das hängt zum einen mit der World-Buff-Thematik zusammen, auf jeden Fall würde ich sagen. Also dieses ganze Getry-Harde und hinter den World-Buffs hinterher Gerenne ist mir schon ein bisschen auf die Eier gegangen, muss ich ehrlich sagen. Und das ist nicht der Hauptgrund, das ist einfach einer der Gründe, warum ich jetzt für mich gesagt habe, hey, ich möchte einfach nicht mehr raiden. Ja, wir können ja einfach mal mit dem Grund anfangen. Mit der World-Buff-Thematik ist halt einfach wirklich so, dass ich ganz ehrlich sagen muss, mir würde das Raiden in WWW Classic deutlich mehr Spaß machen, wenn es die World-Buffs einfach gar nicht geben würde. Ja, ist einfach meine Meinung. Ich kann verstehen, dass es die ganze Log-Geschichte gibt, dass man sich mit den Logs vergleichen möchte. Und ich persönlich bin auch immer ein relativ wettbewerbsorientierter Spieler gewesen eigentlich. Von daher, ich fand den Log-Vergleich eigentlich auch cool. Ich würde mir aber wirklich wünschen, dass wir einen Vergleich hätten, der auch so ein bisschen, weiß ich nicht, nicht von World-Buffs abhängig wäre. Also diese Änderung, die vielleicht, wie gesagt, auf Warcraft-Logs kommen wird, würde ich wirklich sehr begrüßen, wenn sich die Meta auch, trotzdem auch, obwohl ich aufhöre, quasi in diese Richtung bewegen würde. Weil ich einfach denke, dass es einfach für die kompletten Raiden in WWW Classic angenehmer wäre, wenn alle ohne World-Buffs einfach loggen würden und man sich einfach da vergleichen würde, dass es nicht so diese Ungleichgewichte gibt. Und es einfach, finde ich, eine bessere Vergleichbarkeit gegeben wäre. Und es ist nicht nur diese Vergleichbarkeit, es ist auch einfach so dieser Krampf, ja, jeden Mittwoch muss man sich irgendwie zwei Stunden oder drei Stunden vorm Raid einloggen, um sich eben die World-Buffs zu besorgen. Dann haben sich auch die Leute jetzt irgendwie so eine Gaudi draus gemacht, quasi die zu dispellen oder irgendwie den Raid wegzubomben. Und das muss ich nochmal sagen, finde ich gar nicht schlimm. Ich finde es sogar cool, wenn sich Gilden intern bekriegen. Ich finde diese Kuschelei im Open-World-PvP zwischen den Gilden, die hat mir noch weniger gefallen. Nur ich denke mir dann halt irgendwie so, ey, es ist halt dann einfach noch Zeitraum. Also wenn ich meine ganze Zeit damit verbringe, mir die World-Buffs zu besorgen und dann könnte ich noch unglaublich dafür kämpfen, sie zu behalten, bevor ich in den Raid reinkomme, dann denke ich mir irgendwann so, Digga, keine Ahnung, scheiß doch einfach drauf, lass doch einfach irgendwie entspannt in Ruhe raiden gehen, denke ich mir dann halt irgendwie. Aber gut, das war nicht der Hauptgrund, das war einer der Gründe. Die ganze World-Buff-Thematik, muss ich ganz ehrlich sagen, steht mir momentan bis hier oben. Ich habe da einfach keinen Bock mehr drauf und das ist einer der Gründe. So, dann kommen wir zum nächsten Grund und zwar, das wissen vielleicht einige, einige wissen es vielleicht auch nicht. Ich habe einfach vor WoW Classic auch quasi auf dem einen oder anderen Server gespielt, wo man quasi die ganze Geschichte schon mal machen konnte. Ich habe etliche Male BWL gecleart, Multencore gecleart, sogar AQ auch schon öfter mal gecleart gehabt. Und ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich war auch bevor Classic kam schon so an dem Punkt, dass ich eigentlich auf diese Vanilla Raids, also mit Ausnahme von Naxxramas, was ich noch nicht so wirklich gemacht habe, auch gar keinen Bock mehr drauf hatte. Und einer der Gründe, warum ich mich dann jetzt in Classic dafür entschieden habe, doch nochmal zu raiden, war einfach, weil so viele von den Leuten, die ich so kennengelernt habe, da halt Bock drauf hatten und hat man halt irgendwie mitgemacht. Und weil ich auch einfach mal vergleichen wollte, ey, wie viel quasi vom Content oder von dem Raid Content vor allem, hatten die Private Server verkackt, ja. Und wie viel war da so richtig von den Mechaniken her, wie einfach war es wirklich, ne. Und wir haben ja alle quasi mehr oder weniger am Ende festgestellt, Classic war eigentlich viel einfacher. Viele Mechaniken, die es auf den Private Servern gab, gibt es so gar nicht. Und das war einfach so ein Grund, ja, warum ich gesagt habe, ey, okay, raide ich doch nochmal, ja, damit ich es einfach vergleichen kann. Und ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt habe ich das so ein gutes Jahr gemacht und merke einfach, ey, es ist wirklich einfach so der Punkt, wenn mir reicht jetzt. Die Vergleichbarkeit ist dann irgendwie auch kein Argument mehr. Ich habe mir jetzt angeschaut, okay, Classic war deutlich einfacher, ja, der Content ist einfach mega einfach im Vergleich zu den Private Servern. Und, ähm, damit ist es auch gut irgendwie und, äh, ich habe einfach, ja, nicht mehr so viel Bock auf PvE und möchte einfach andere Dinge machen. Ja, das ist quasi so der zweite Grund, dass ich einfach die ganze Geschichte BWL-Montencourt schon so oft geklärt habe. Und, ähm, man da halt eben auch, ich weiß, jetzt kommt Akku, aber selbst mit Akku wird man trotzdem jede Woche noch BWL klären, weil man den Dragfang-Talisman braucht und so weiter mit der Gilde und ich verstehe das auch komplett, ja. Und an der Stelle auch übrigens nochmal Shoutout an meine Gilde auf Patchwork, ähm, Haltorin Amat. Wirklich eine Top-Gilde, ich war da sehr, sehr gerne und hatte gar keine Probleme mit den Leuten. Ähm, es tut mir wirklich auch leid, ich wäre gerne da geblieben, aber ich finde, man muss immer auch auf sich selber gucken und wenn man irgendwie merkt, so, ey, es macht einem nicht so viel Bock, wie es eigentlich machen sollte, warum soll man es dann weitermachen, ja. Ich bin weiterhin in der Gilde drin als Social-Member und, keine Ahnung, vielleicht werde ich irgendwann mit Burning Crusade mit der Gilde wieder raiden, ich habe keine Ahnung, wie die Reise da weitergeht, aber ich bin auf jeden Fall noch in der Gilde drin und werde nicht in irgendeiner anderen Gilde auf Patchwork anfangen zu raiden. So, genau, und dann sind wir auch schon beim dritten Punkt angekommen, ja, und das ist dann auch quasi, also dann haben wir auch alle drei Punkte zusammen, warum ich quasi jetzt für mich gesagt habe, ey, ich möchte nicht mehr raiden gehen, ich möchte kein PvE mehr machen und zwar habe ich einfach, ähm, für mich persönlich gemerkt, dass es einfach unglaublich kräftezehrend und, ähm, ja, zeitraubend ist, wenn ich einfach jeden Mittwoch raiden gehe. Ja, tut mir einfach leid, bei aller Liebe, aber ich habe einfach gemerkt, wenn ich am Sonntag live gehe, äh, von 19 bis 12 Uhr, also bis 0 Uhr, wenn ich dann Dienstag live gehe von 19 bis 0 Uhr, dann Mittwoch raide ich direkt, also quasi am Mittwoch keine Pause zwischen den Streams am Dienstag und am Donnerstag, wo ich ja dann auch wieder ab Münzen und live bin, ich habe einfach auf Dauer gemerkt, ähm, das kann ich einfach so mit meinem Privatleben, äh, nicht vereinbaren, ja, das ist einfach, ähm, das Gerade ist einfach too much irgendwie dann, wo man dann wirklich sich mehrere Stunden dann noch konzentrieren muss und mit dem Raid mitarbeiten muss und so weiter und, äh, ja, dann auch noch YouTube-Videos machen, ja, Leute, und, äh, auf Twitch sich jetzt, wir machen jetzt ein 3-3-Arena-Turnier, äh, man muss einfach irgendwie auch am Ende gucken, ähm, wo man seine Zeit reinstecken möchte, ja, und dazu kommt auch noch, dass wir in 2 Monaten aus der Wohnung hier ausziehen werden, das heißt, wir werden auch ein bisschen, ja, unterwegs sein, man wird nicht mehr so stationär sein, quasi, ich kann dann sowieso auch nicht garantieren, dass ich jede Woche, äh, immer am Mittwoch um halb 7 ready bin für den Raid, oder irgendwie Sonntag um 19 Uhr für den Raid, ja, das heißt, ähm, keine Sorge, ich werde natürlich mit YouTube, mit Twitch weitermachen, aber dann halt, ähm, nach meinen Zeiten, die ich mir halt immer einteilen kann und ich habe einfach gemerkt, ey, ich kann sowieso in 1-2 Monaten nicht mehr nach so einem Raid-Plan quasi immer am Start sein, ja, und den muss es ja auch geben, ja, weil ich werde ja nicht alleine, da raiden ja noch 39 andere Leute, von daher, ähm, kann man das auch nicht erwarten, dass da nur nach mir geht, aber ich habe einfach gesagt, ey, dieses ganze Ding irgendwie so, ja, also, ne, das quasi World-Buff-Thematik, ähm, dass ich das alles einfach schon so oft gemacht habe und dass es auch quasi bei mir privat jetzt irgendwie nicht mal so reinpasst mit der ganzen Sache, hat einfach dazu geführt, dass ich quasi mit dem PvE aufhöre. Joa, Freunde der Nacht, und, äh, das war's eigentlich auch schon mit der Haupt-Message hier, ähm, ich hoffe, ich konnte euch das ein bisschen näher bringen, ja, ähm, was meine Gründe sind einfach, wie gesagt, es geht mir nicht darum, irgendwie jetzt eine Welle zu machen gegen das Raiden in Classic, auf gar keinen Fall, ich denke, gerade auch AQ40 wird ein extrem geiler Raid im Vergleich zu den vorherigen, bisschen melee-unfreundlich, ja, nicht unbedingt das, was ich, äh, mir als Schurke wünsche natürlich, aber es wird auf jeden Fall vom Feeling, glaube ich, ein sehr, sehr geiler Raid, und gerade auch der Setun-Fight wird, glaube ich, für sehr, sehr viele auch tatsächlich der erste Fight in Classic werden, der zumindest ein bisschen anspruchsvoll ist, ja, also hoffe ich zumindest, aber gucken wir mal. Ähm, genau, Naxxramas, muss ich sagen, ähm, das finde ich natürlich ein bisschen schade, dass ich das auch nicht machen werde, es könnte sein, dass ich vielleicht dann sage, wenn die Gilde die Indie off-clear hat oder so in der Art, weiß auch nicht, ob das geht oder so, weiß ich alles nicht, ne, aber dass ich irgendwann, keine Ahnung, im halben Jahr oder so mal sage, ey, ähm, kann ich mal den Run mitgehen, kann ich mir die Indie mal angucken, keine Ahnung, von mir aus auch, ich bekomme keine Items, einfach nur mal angucken, äh, aber so dieses Progress-orientierte, bin ich einfach raus irgendwie, jetzt merke ich einfach, und, äh, das war einfach so das Wichtige, ich musste hier an der Stelle wirklich mal einen Cut machen, damit ich mich einfach auch auf andere Dinge konzentrieren kann. Genau, ja, jetzt fragt sich vielleicht der ein oder andere, ey, die Filer, wie geht's denn dann bei dir weiter so, ja, wenn du nicht mehr raiden gehst auf den Classic, was kann man denn da noch machen, ähm, so für viele andere Content-Creator oder Streamer und so weiter, ist ja auch, also die gerade so WoW-Content machen, ähm, der Raid ist so ein sehr elementarer Bestandteil von ihrem Content her, ähm, das ist zum Beispiel bei mir auch nie so gewesen, vielleicht am Anfang so ein bisschen mal, aber ich hab eigentlich relativ schnell gemerkt, dass auch so Raids übertragen auf Twitch macht nicht so viel Sinn, ja, man muss sich mit dem Raid quasi auseinandersetzen, sich auf den Raid konzentrieren, kann sich nicht so viel mit dem, ähm, Chat beschäftigen, also ich find auch generell Raids, ähm, zu streamen auf Twitch gar nicht so interessant, aus dem Grund hab ich eigentlich den Mittwochabend, wo wir dann immer BWL waren, ähm, ähm, meistens sowieso gar nicht mehr auf Twitch übertragen, ja, von daher, ähm, in dem Bereich ändert sich da jetzt auch gar nicht so viel für die Zuschauer oder für euch hier auf YouTube, ich werde weiterhin Content machen, ja, und ich werde natürlich jetzt einfach noch mehr Zeit haben, um PvP zu machen, und das ist einfach so das Ding, wo ich jetzt einfach momentan mega Bock drauf habe, wie gesagt, da hatte ich ja am Anfang von Classic auch schon drüber nachgedacht, dass man vielleicht einfach only PvP macht und sich dieses ganze Raid irgendwie nicht mehr gibt, und, äh, genau, das heißt, es wird quasi jetzt hier auf, äh, Lucifron erstmal weitergehen, wo ich jetzt sowieso mein Mage auf 59 hochgelevelt habe, und, ähm, da werde ich jetzt quasi, äh, ja, den auf 59 erstmal gut equippen, denn ich habe einfach gemerkt, dass mir diese, ähm, 59er PvP, äh, Bracket, Q, wie man immer das nennen mag, äh, Szene, sehr gut gefällt, ja, auf Level 59 kann man quasi, äh, Arati-Becken und Warsong anmelden, dort sind nur Level 51 bis 59er Leute drin, ja, das heißt, ihr kommt gegen keine Stammgruppe rein, äh, außer so eine, aber es gibt kaum Stammgruppen da eigentlich, ähm, ihr kommt nicht gegen irgendwelche over-geared Leute rein, ja, ihr könnt einfach in Ruhe PvP machen, ja, gucken, wie sich der Char im PvP spielt und so weiter, und, ähm, das möchte ich einfach jetzt zu nächsten Wochen machen auf Twitch, und da habe ich auch mega Bock drauf, äh, das heißt, ihr werdet mich jetzt auf Twitch sehr oft, quasi, äh, erleben, wie ich einfach im Arati-Becken bin, wie ich in der Warthong-Galch bin, mit vielleicht ein paar Gildenkollegen auf Lucifron und wie wir einfach quasi das Level 59er Bracket, äh, zerstören werden, ja, ja, gucken wir mal, ähm, genau, dann bin ich auch auf Lucifron, wo wir ja unser, ähm, Community-Gilden-Projekt haben, äh, auch noch einen, äh, Warlock am Leveln, der ist momentan Level, äh, 12 oder 11, glaube ich, und, ähm, genau, das ist einfach auch so ein Ding, weil ich, ähm, herausfinden möchte, was mir einfach im World PvP und auch im BG mehr Bock macht, Mage oder Warlock, deswegen werde ich den auch entspannt noch hochleveln, das heißt, wir werden auch ab und zu immer mal auch, äh, auf Twitch den Warlock entspannt hochleveln, das ist so eine andere Geschichte, und sobald der quasi Level 59 erreicht hat, werden wir genau das gleiche mit Mage auch machen, ein bisschen BGs machen, ein bisschen World PvP und einfach Freude haben. Das bedeutet jetzt aber nicht, dass ich jetzt komplett von Patchwork quasi verschwinden werde, äh, ich möchte mich aber auf jeden Fall jetzt erstmal so ein bisschen mehr auf meine Charts auf Lucifron konzentrieren, weil wir da einfach jetzt, ja, viele coole Leute am Start haben, so, die einfach da jetzt auch angefangen haben, mit denen man, äh, gut World PvP machen kann, mit denen man vielleicht auch BGs machen kann, und, äh, da hab ich einfach momentan Bock drauf, genau, Raiden werde ich da allerdings nicht. Und, äh, wie gesagt, auf Patchwork werde ich weiterhin auch, äh, meinen, äh, Rogue natürlich weiterspielen, denn, ähm, der hat jetzt wirklich auch ein Gearniveau erreicht, wo ich wirklich sehr, sehr gut mit PvP machen kann, muss ich sagen, äh, ich hab wirklich alles, was ich brauche, auch, wie gesagt, natürlich wird man irgendwann merken, wenn die Leute mit, mit Akku oder mit Naxke rumrennen, dann wird's ein bisschen schwieriger, aber ich, äh, kann mich versichern, so ein Hardcore-Unterschied ist letztendlich nicht, äh, das ist auch immer so ein Ding, es wird viel zu viel immer Wert gelegt auf Gear-Leute, ja, äh, manche Leute rennen quasi jetzt zwei Jahre lang noch, oder ein, ein Jahr noch, äh, Gear in Classic hinterher, und machen gar nichts mit dem Gear am Ende irgendwie, das freut mich auch immer so, ey, warum farmt ihr eigentlich euer ganzes Gear irgendwie, ähm, ähm, ich möchte mich jetzt einfach in der nächsten Zeit darauf konzentrieren, mit dem Gear, was ich habe, auch, äh, ja, entspannt PvP zu machen, ein bisschen Gold zu farmen, und einfach eine schöne Zeit zu haben, vielleicht auch ein bisschen Exploring, solche Geschichten, da hab ich einfach Bock drauf, und, äh, das ist auch overall jetzt ehrlich gesagt meine Herangehensweise, weil vielleicht auch viele in den Kommentaren schreiben, äh, wo bekommst du jetzt dein Gear her, ohne Raiden geht doch gar nichts mehr, bla bla bla, das ist wirklich völliger Schwachsinn, Leute, man kann auch mit blauem Gear, ähm, im PvP dominieren, ja, es geht einfach dann vielleicht alles nicht so 100% perfekt, oder man braucht irgendwie, äh, ein Frostbolt mehr, um einen umzuklatschen, es ist wirklich viel auch immer so Min-Maxing, was mir auch ein bisschen auf die Eier geht, ja, ich möchte einfach jetzt entspannt mit dem Gear, was ich habe, und auch auf Lucifer werde ich einfach gucken, ja, was ich mir einfach für Gear, für Level 59er Chars holen kann, und mit dem einfach entspannt PvP machen, und wenn es halt einfach andere Chars gibt, die geileres Gear haben auf dem Level, dann ist es halt so, ist auch kein Problem für mich. Joa, Leute, genau, das war's eigentlich, äh, im Groben, ich hoffe, euch hat, äh, das heutige Video so ein bisschen Einblick, äh, in meine Pläne in VW Classic gegeben, wie gesagt, ich höre auf mit PvE, ja, auf Patchwork auf jeden Fall, und auch Overall, äh, aber auf Patchwork habe ich ja eben PvE gemacht, ich werde mich mehr auf meine PvP-Charts auf Lucifer konzentrieren, und ich werde dort vor allem auch herausfinden, was ich in Burning Crusade, wovon ich fest ausgehen würde, dass es kommen wird, ähm, spielen möchte, deswegen, wie gesagt, level ich den Mage hoch, level ich den Warlock hoch, und gucke halt einfach jetzt im BG, was mir mehr gefällt, und, äh, vielleicht wird es auch wieder ein Schurk in Burning Crusade, aber das ist auf jeden Fall wieder ein anderes Thema, ja, schreibt mir gerne eure Meinung, wie immer, unter das Video, und, ähm, ja, ich hoffe, ihr freut euch trotzdem weiterhin auf die kommenden Rates, Leute, lasst euch von mir nicht die PvE-Stimmung versauen, ich denke, ich habe sehr viele Gründe heute dargelegt, warum es für mich persönlich nicht mehr das Richtige ist, aber es muss für euch gar nichts bedeuten. In dem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit, und bis zum nächsten Video, euer Defiler, ciao, ciao. und bis zum nächsten Video.